Fußball ist in Russland eine beliebte Sportart. Die größten internationalen Erfolge waren bisher der Gewinn der EM 1960 durch die sowjetische Nationalmannschaft sowie die UEFA-Pokalsiege von ZSKA, Moskau und Zenit St. Petersburg und der Halbfinaleinzug der Russen bei der EM 2008. Vereinsbetrieb Die Fußballvereine Russlands hängen finanziell zum Großteil von ihren Geldgebern ab und schreiben tiefrote Zahlen. Eintrittskarten und Finartikel machen nur einen geringen Teil der Budgets aus. Der offizielle russische Fußballverband ist der rossiski-Football-Nizoyus. Neben der Premierliga ist auch die zweite Spielklasse die erste Division seit 1994 als landesweite Profiliga organisiert, zurzeit mit 22 Mannschaften. Die dritte Spielklasse, die 2. Division ist dagegen in fünf Regionalzüge aufgeteilt, Ost-, West-, Süd-, Zentral- und Ural. Aus wirtschaftlichen Gründen schwankt die Anzahl der teilnehmenden Clubs in den einzelnen Zügen zwischen 12 und 19. Insgesamt nehmen im Jahr 2006 81 Vereine am Spielbetrieb der fünf Züge teil. Unter der zweite Liga beginnt der russische Amateurbereich. 1994 bis 1997 gab es zwischen der zweite Division und den Amateurligen noch eine weitere Profiliga-Stufe, die dritte Liga. Die zehn Staffeln der obersten Amateurligen umfassen meist mehrere Subjekte der russischen Föderation. Einzige Ausnahmen sind die Stadt und die umgebende Oblast Moskau, die jeweils eine eigene Staffel bilden. Die Vereine der drei höchsten Spielklassen nehmen am russischen Pokal teil. Liga Pyramide Nationalmannschaft Bei internationalen Turnieren war die Mannschaft des Landes sehr oft dabei. Zunächst noch als Sowjetunion bei der EM 1992 auch einmal unter dem Namen GUS. Bekannte russische Spieler Siehe auch Kategorie Fußballspieler Andrei Aschewin Mehrmaliger Fußballer des Jahres UEFA Capsieger 2008 mit Zenit St. Petersburg Demitry Loskov Sergej Ovchenikov Igor Akinfje Guilherme Erster und bisher einziger eingebürgerter russischer Nationalspieler Viktor Onopko Alexander Mostowoy Alexander Kerako Dmitry Seitschow Jego Tito Roman Pavlyotschenko Torschützenkönig 2006 mit 18 Toren und 2007 mit 14 Toren Ehemalige Spieler Russlands bzw. der Sowjetunion Siehe auch Kategorie Fußballspieler Igor Belanov Oleg Blochin Lev Yashin Nikolaj Starostin Eduard Strelzo